So, mach mal ein bisschen Action heute, ja? Habt ihr Älter schon vorgewarnt, was ihr abgeht, wenn ihr mit mir aufnehmt? Ja, echt mal. Das wird HÖR HORROR! Oh Gott. Ein Haufen gewisse Dislike und alles. Ja, ja, alles klar. Bin der meistgefleimte. Zwei Views, aber zehn Dislikes, oder was? Genau. Nee, eigentlich hundert, aber... Jetzt ist gut. Nur weil du Geburtstag hast, musst du hier nicht aus der Tränke schlagen, ja? Ja, aber also, ja, natürlich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Wie hat man denn? Kann ich mal den Text? 32. Oh je, noch so jung. Jungspund. Ja. Was? 32? Jungspund? Wenn die vier rot vorne ist das ein Jungspund. Das sagen die Alten. So, ich hab mir auch überlegt, dass ich mal ein anderes Skill... Warum ist die Kamera fixiert? Deiner von den jungen Wilden, Alter. Wie kann man die Kamera anlocken? Hallo? Die Kamera anlocken? Ja? L! Achso, L! L L L L L L L B Mit Wehm soll ich auf eine Ring mit dem Tank Malfi sollte meiner面 אפ oss dece-da-mal Ja点 kann man da geben weil sie bitte mit walla oder jana gehst du hoch jana oder walla nach oben zum alphi alle walla nach oben wollen wir jetzt zusammen ja murky wir haben spaß hier ohne feuerteufel und noch einer johanna achto wir kriegen spaß hier spaß spaß wir haben spaß ach mist falls hat kann man gar nicht vom vogel runterholen die erste wirtschaft direkt mal eine schöne anfrage gestellt nach dem und oh gott ich hab angst zu verlieren alles kann koreaner wenn er die wikings auf einer lane spielt alles gut falls hat und lilly unten johanna und feuerteufel in der müde macht sie platt dann habt ihr leichtes spiel ich hab unten leichter entweder der weiß nicht wie sie mit den wikings war sind und da kommt die frischen fählers von hinten oder ich fürchte die sind gut jetzt kommt der kälter auch noch unten jetzt bin ich ja war wegen wo der es ist war sie nicht schwer und ja ich bin unten ist auch gesagt mir hört keiner zu doch ich hörst du nicht mal an pettys geburtstag ich wollte damit sagen ich wusste nicht wohin geht ach so dafür die kleine info er ist da so vier sekunden auch dann irgendwo unten ja oben 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 die kleinen camps mal falls du haust du mir hier und mana raus please bin natürlich direkt reingerannt und mana auch? wäre sweet von den wikings das war clever von denen muss ich ehrlich sagen dein mana skill ist auf t oder so nee d hast du ihn auf d? gut nice ich kümmere mich auch immer um die camps die kleinen sind alle weg ok dann legen wir losen wollen wir losen? auf pettys tank was das zeug hält hier äh hält halt 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 es gibt keinen unsichtbaren diesmal wie ist das? was ist da los? sammeln mal nebenbei die dinger eigentlich dass die die gleich äh wegklauen oje boah haben's wunderbar da ist der Lili Lili oh sie kommt pass auf sie zurück ich versuch ok die hauen sie auch ab die hauen auch ab wieder verteilen ich gebe dem dicken ein bisschen feuer also die weichen sind inzwischen gesplitte ne der spielt nicht so gut gottseidank ich hatte voll angst als ich die gesehen habe im pick voll respekt dass wir jetzt so ein 3er chinesen hier auf viele hinkriegen so du kommst allein klar oder paddy? ja 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 geh ich mal kurz mit runter Kälter Achtung Kälter ist von unten ein viking ist da hinten ein viking ist da hinten nein habe ich down sehr schön jawohl Achtung Kälter ich lass mich mal kurz alleine jo immer schön mana geben Malfe bin mit Walle auch echt mana lastig pass auf Möcki ja ich versuch dir ein soft camp oben zu klauen ok sieht gut aus können wir unsere camps auch mal machen sollen ja da wäre nicht was für dich ja ich machs kleine mach ich aber da müsste einer die line übernehmen wegen der EP dann geh ich wieder ja ich komme ich komme hast Johanna als Gegner dann geh ich die camps machen oh ja die kann auch nicht mehr machen aus Schilben der Zwerg sitzt hier im Gebüsch und macht gar nichts naja der hat auf allen drei Lanes jeweils ein Zwerg denn in der Mitte habe ich down gekriegt die sammeln die sammeln nur EP ein Zwerg der deinen Namen trägt ein viking ja wie unwürdig but you can't beat the Irish so soft camp ist unsers ich konnte das nicht aber wir müssen die Vikings verkehr ab wir sind Level 4 ich müsste unten mal kurz weg naja auf jeden Fall er steht hier auch rum und lässt sich wieder töten da brauchs ja mit ist er auch weg er gibt uns ein bisschen EP der viking ich weiß nicht was der viking damit vor hat also ja lass ihn doch ja lass ihn doch wenn er meinen Tests zu machen während dem Heldenliga-Spiel lass ihn doch nein fuck fuck gib mir den Heel gib mir die Nannas so Hartcamp ist auch unsers nö hier wieder in der Mitte so pflanzen in 20 Sekunden im scheiße gestorben zu viele In der Mitte ja die haben mich gerade gekillt die alle nein double er wäre tot gewesen man ja nimm du ich gehe oben bei der pflanze helfen kommt ihr beide runter elde und bounty ja sofort ich mache noch die festung aber auch nicht fester ist da wir müssen die pflanze unten auch noch nehmen da habt ihr oben ach so sammeln die dinge ein da kommen welche die pflanze läuft nicht weiter was da los geh einmal base du hast mich echt gut hier ne portet kann ich jetzt mal nicht meckern so ne ich geh runter zu die pflanze noch dann kriegen wir noch eine zweite die haben auch ein monster ja ich bin dran ich bin dran ich bin dran ist gleich da und ist gleich da und ich hab ja schon alles vorbereitet ich hab so fast da gemacht da jetzt ist sie da und gleich holen da komm nein nein verfehlt was egal so die pflanze unten noch ja die machen deren softcamp hier vielleicht da haben sie hier die kommen jetzt hier pflanze da unten hier hier pflanze da unten bitte ja unten kommt alle runter achso ja los los wo seid ihr denn alle ich bin bitte wir waren oben auf top ne war kurz back ja alle alle low da fiel an leben scheiße mein albert kaputt ja 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 ich bin da so eingesperrt man voll gecaged voll gecaged ich geh oben wieder kommt wieder da kommt irgendwie ein camp plus ein leichter krieg's allein hin oder immer kurion oh scheiße wah fehler unser hardcamp machen hier schon dabei hier ich brauch hier Hilfe wenn es geht ja ich komme ja ja sorry kälter's 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 ja ich bin dabei bin dabei eingesperrt kann nix machen ohhhh ist das wahr da waren alle gerade ein ei vorsicht hau ab ja können vorlachen scheiße da nein ich bin von blödem ei oh nein ähhhh ähhh da ist ja richtig die war gutes timing deswegen nehme ich dich kein das was elementar ich finde es zum kotzen Geht einfach zu schnell down What? Kacke Komm den kriegen wir doch jetzt mal down Nein! Ja geht doch Voll die Kuh gefressen alter Aaaaaaah Fucking kill das, der war mad Aber den haben wir diesmal down gekriegt Wir müssen mal wieder auf die Länge gehen Ja Komm wir nehmen die zwei von hinten hier Ah sauber Bleib doch einfach stehen Ja jetzt fängt er an so ein bisschen chinesisch hier zu spielen aber 15 Sekunden bis Ah jetzt sind sie echt Da sind sie, Vorsicht Das sind sie alle ey Ne, sind nur drei Jetzt kommt vier, vier Pass auf, Vikings sind auch da Ich bin festgenagelt Pass auf, die sind da alle, Walla Walla Walla, Vorsicht Wird nix, ohne Heider Wird nix, ohne Heider Pflanze ist bereit Ich hält das, Alter What the Nach oben Walla Und Murky nimmt die Pflanze, ne? Ja, okay Dann holen wir uns oben noch den Dicken Sie kommen Haltet euch zurück Sie kommen Haltet euch zurück Zum Beispiel macht den Wuchs schnell Da sind sie Alter, dieser Kälter ist ey Nein, nein, nein Ja Eine Chance Haut ab, haut ab Haut ab, haut ab Lass, den Rest denen Behindert, behindert Die haben gleich noch eins Das ist ein Scheiß Ja, aber das wäre blöd gewesen, wenn wir jetzt alle drauf gegangen wären Und jetzt die Ehrenpflanze holen Komm Ich bin zwischen Mitte Westen auf Keltas Ja, das wäre eine gute Idee Neun Komm nicht weg Ich auch nicht Bin tot Scheiße Schaffen wir nicht mal an das GG Das sieht echt übel aus Ja, komm Oh je Der Kälter ist so Krass ey Über Ja, man muss da von hinten nur das Q setzen Und kommt da auch die ganze Zeit zu, ne Keiner da, der ihn mal irgendwie rauskriegen kann Yo Hätt ich mir zurückgemusst dürfen, ne Ich hab versucht vorne einzuhalten Ist mir auch ganz gut gelungen Eieiei Siehst du, gesetzte Serie Sieg mir lange, Sieg mir lange Ja Also, als nächstes Ich Ja Wirds Zeit Yo, Minus 16, what's good Ja 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 Ja